So, da kommt doch bestimmt gleich irgendwas, oder? Ja, sowas zum Beispiel. Das hat jetzt eigentlich Viecher gemeint, aber das finde ich auch ganz nett. Für zwischendurch mal, ne? Zwischendurch ein bisschen leben, ist das gut. So, wir müssen runter. Alles klar. Äh, ja, genau. Da war das Ding, das Viech drin. So, und hier müssen wir rein. Lade Daten. So. Da. Ach man, ey, das gibt's ja da jetzt doch gar nicht. Warte mal. Na, kommt. So, wunderbar. So lobe ich mir das. Sehr schön. Ach, da können wir noch einiges mit Munition bekommen gerade. Munition. Ach, guck mal, wir haben ja noch volles Leben. Wunderbärchen. Läuft doch alles nach Plan hier, wa? So, ich glaube, hier sind wir jetzt wieder nahe der Stelle, wo es hier nach draußen geht zu dem Viech. Guck mal, Feldbetten. So. Ja, irgendwo. Hä? Bin ich irgendwie gerade auch sagen, vorbeigelaufen, glaube ich. Oder? Was? Nee. Hä? Ach, wofür, wir werden es sehen. Okay. Okay. So. Das war doch eigentlich... Ach nee, genau, hier hoch und dann... Ja, ja. Ich weiß schon. Halt durch. Halt durch. Ach, ist ja nicht knuffig, hm. Was mache ich jetzt da? Oh, das ist ja offen. Hallo. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber... Okay. Okay, ich speichere auf jeden Fall und dann müssen wir einmal da lang. So. Ist ja gut. So, dann können wir nämlich einmal hier rein und dann einmal hier zur Seite und dann... Bäh. So, dann müssen wir einmal die Stecker rein. So, warte. Auch dieser Stecker möchte hineingesteckt werden. So. Haha. Stürp! Ja, ist doch gut. Sei doch ruhig. Alles ganz easy hier, ne? Easy peasy. Jawohl. So. Weiter geht's. Ja. Das war doch easy, ne? Ah. Oh. Ja, das sieht schon ein bisschen nach Fleisch aus, ehrlich gesagt. Ein Alien, das mit Feuer schießt. Das ist schon irgendwie cool. Oh. Oh. Hm. So, da ist leer, ist aber fast voll, unsere Rüstung. So. Huch, jetzt hab ich schon gedacht, ne? Hat sich was bewegt? Jetzt dachte ich schon, da kommt uns was hinterher. Hm. Hm. So. Na, da, da. So. Und da ist wieder alles so ziemlich voll. So, und mit dieser Bahn fahren wir gleich mal ein Ründchen. Aber erst mal, oder mit dieser, ja, ist jetzt Geschmackssache, wa? Hm. Sind noch noch mehr Kisten? Ja. Nee. Nee, das sind keine Kisten. Okay, ja, dann, äh, let's go, wa? Hm. So. Ah, das ist... So. So, Kollege, machst du mal. Danke. Supi. Wunderbärchen. So, wir geben Vollgas. Und dann geht's weiter hier. Ach ja, vielleicht, äh, vielleicht lieber das hier. Oh. Hey, es ist Freyman, oder? Ja. Halt auf einen Sekunden. Ein von deinen Wissenschaftler sagte, um dir ein Messer zu geben. Okay. Uh, du solltest dieses alte Rettungssystem auf den Satelliten-Roket oder so. Ich weiß nicht, wo es genau ist. Okay. Der alte Mann war so worried about getting out alive, dass er mir nicht dachte, um ihn zuhören und zu erzählen. Okay. Okay. The main thing is, the military aboard the launch. So when you find the rocket. Well, if you find the rocket, you have to get up to the control room and launch it yourself. Hm. Okay. Okay, alles klar. Dankeschön. So, darf ich da mal, äh, durch? Hallo? Äh, da bin ich mir nicht so sicher, aber gut. Hoffen wir es trotzdem mal. Ja. Äh. Ist das jetzt eine Anspielung auf den Spieler, oder was? So, lässt mich mal bitte durch. Ja, das weiß ich. Leider ein bisschen zu gut. Ich kann mich nicht mehr durch. Hallo? So. Äh, ja, wie komme ich denn jetzt wieder hier durch? Mhm. Kann ich den vielleicht ablenken, oder so? Oh. Hahaha. Alter Schwede, äh, ja, Entschuldigung. So. Alter, ey, das ist ja ganz schön brutal, ne? Ja, das weiß ich doch jetzt. So, aber kannst du vielleicht mal... Ja, wie denn? Ich komme noch nicht hier durch. Mann. Kann ich auf dich draufhüpfen vielleicht mit Crouch Jump? Nee, nicht mal mit Crouch Jump geht das. Hm. Äh, nee. Lass mal die Waffe ausgerüstet, ja. So. Komm her, Mann. Ja, ja, toll. Das finde ich aber nicht so. Bin ich aber nicht so d'accord damit, ehrlich gesagt, ne? Ach, Mann. Bäh. Danke. Was soll ich denn machen? Ich will ihn ja nicht angreifen, ne? Hallo? Boah, da geht das vielleicht doch mit den Granaten, wenn ich da einer hinwerfe oder so. Mach, lass mich durch! Ja, ganz toll. Oh, warte, vielleicht kann ich... Vielleicht kann ich ja den Stuhl... Oh, nee, kann ich so auch nicht nehmen. Ach, verdammt. Kann ich hier nix nehmen? Warte doch hier. Lass mich durch! Lass mich durch! Ja, sorry, aber... Watch du doch mal, was du dust. Ja, das können wir auch gerne sein, wenn du mich mal hier durchlässt, ja? Ey, darf das wahr sein? Darf das wahr sein? Das gibt's doch jetzt nicht, Mann. Ey! Kann ich vielleicht... Warte mal. Warte? Nee, das ist ja jetzt auch blöd dann. So weit zurück will ich ja nicht. Alligator. Ja, das hab ich gemerkt. Komm! Fass gegen den Kopf! Äh, das ist nicht ganz... Gegen den Kopf. Zack! Das kann doch nicht wahr sein. Ich will den nicht umbringen. Ich glaube, wirklich, ich muss das nochmal machen. Äh, gut, dann mach ich das jetzt eben nochmal mit dem Alien und wir sehen uns dann einfach gleich. So, da bin ich wieder. Äh, äh, jetzt hab ich das Ganze eben nochmal gemacht und, äh, ja, er macht uns nämlich die Schranke auch auf. Und wahrscheinlich, weil ich den gerade nicht reingelassen habe, also, weil ich die Schranke aufgemacht hab, ist er dann wahrscheinlich nicht mehr reingekommen und, äh, bleibt halt standardmäßig einfach da stehen, wo er ist. Ja, see you later, Alligator. Na, das will ich hoffen. Aber ich glaub ja nicht dran. Weil ich wüsste nicht warum. So. Äh. Ah. Ah, jetzt lade Daten, jawoll. Hm, was nehm ich denn da gleich mal? Moment. So, aber ich glaube nämlich, dass hier gleich, äh, jetzt was kommt, ne? So kampfmäßig. Oder? Du, 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 du. Hm, hm, hm. Na, wie weit geht denn das noch runter, du? Ah. Ah, nee. Ah, wir können noch ein bisschen so fahren. Hallo. Ach. Hallo. So. So. So, ich versteck mich mal hier. Nee, kann ich nicht. So. Ja, aber kann ich irgendwas drücken? Äh. Hey. Na, ist leider voll. Okay. So. Ja, schön mit dieser dramatischen Musik, so. Aha. Guck mal, da ist ein bisschen was von der Wüste. Aber. Ne. So, wir fahren weiter. Oh. Kann ich, äh, ich hoffe, ach so, ich kann ja so laufen. Ja, der Arker kann es aber versuchen, dran zu ziehen, wa? Äh. So. Na, hallo. Hey, bleib mal stehen. Hallo. Hallo. Hilfe. Das Ding. Warte mal, ich fahre noch ein kleines Stückchen vor. Äh, äh, nein. Das ist ja, das ist ja. Hilfe. So, jetzt aber. Meine Güte. So, dass wir dann auch wieder richtig drauf kommen. Okay, warte. Wir gucken uns da mal kurz um. Wir wollen das ja nicht einfach so auslassen, ne? Was, sieht das gut aus, ne? Das sieht echt verdammt gut aus. Ach so, ja, da geht es auch sowieso nicht rein. Aber da würde es ins Wasser gehen. Und ich glaube, ja, da ist ein bisschen, wäre ein bisschen Rüstung. Aber, ähm, haben wir jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Und ich sehe sowieso nichts hier. Hier ist doch sehr dunkel. So, naja, komm. So. So, jetzt, jetzt kommt, glaube ich, gleich was, oder? So. Hm. Bin mir nicht sicher. Ich, doch, aber eigentlich schon. Ja. Ich glaube, hier kommt gleich jede Menge Militär. Oh. Komm. Machen wir hier die Kiste. Ja, das Viech da oben. Naja. Was war? Ach so. Ach, ja. Wir sind durch die Kiste durch. Ach, ne. Okay. So, da geht es natürlich. Ah, ne. Da geht es doch nicht rein. Ne, da geht es nicht rein. So. Hm. Hm. Fahren wir ein bisschen schneller gerade, wa? Was ist das Licht da vorne? Oh. Ne. Okay, sehr gut. Den haben wir. Oh, das ist ja. Ne, warte mal. Kann ich da mal irgendwie... Ne, kommt keine Chance, oder? Gehen wir mal da hin. Gucken wir uns mal um. Ah, ja. Hm. Na, okay. Ich glaube, hier gibt es soweit nichts Spannendes. Oh, warte. Ich muss mal nachladen. Alter. Alter. Hilfe. Reicht die nicht irgendwie weg? Der macht zu weib. Scheber. Danke. éri.